The battle is going on for 30 minutes. Weil wir haben die Wolle so versteckt, dass sie wirklich, wirklich keiner finden kann. Da kommt einfach keiner drauf. In der Wüste nach roter Wolle zu suchen, das ist tricky. Das würde doch niemand tun. Jetzt kann ich die Truhe nicht gut öffnen, Alter, was los? Ähm... Ja, gut, dann mach ich kurz ein bisschen mehr Fackeln für dich und so. Aber ich hau immer den Redstone an und baue ihn grad mal kurz nicht ab, damit ich was seh. Achso, ja, aber gut. Egal, ich mach kurz ein paar Fackeln für uns, ne? Ja. So, ich hab gerade drei Stacks gemacht. Ich hoffe, ich komm nochmal zurück. Ich bin... Willkommen zu meinem Papa! Wo bist du denn hin? Weit gebuddelt. Du hast dich wieder tiefer reingebuddelt, oder was? Bleib einfach geradeaus, also in Richtung... in irgendwelche Richtungen. In irgendwelche Richtungen? Ja, ich dachte mir, das könnte ganz gut sein. Na, eigentlich baut man sich ja gerade so 20 Blöcke oder so und dann... Ja, aber wenn du ihn jetzt so verfolgen, dann stehst du in der Kammer und dann ist es vorbei mit dem... Spaß. Die Spielerei, ne? Kleines Labyrinth hinter mir gelassen. Ja, dass ich dich nicht finde. Hallo! Oh, hi, warte, ich muss hier ein paar Leitern bauen. Ja, warte, für dich. Iui. Schön. Warte, ich bugge. So. Er bugt. So. 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 Sticks. So kleine Dildos. Den im Chat müsste stehen, wenn unsere Wolle kaputt gemacht wird. Ja, das heißt, wir kriegen ja schon irgendwie mit, oder? Ja, genau. So. Ja. So. 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 Auf der Welt kommt, oder nicht. Äh. Ja. Genau. Auf der Welt kommt, oder nicht. Auf der Welt kommt, oder nicht? Du wirst einfach auf irgendwelche Namen achten. Jo. Und sneaken nicht vergangen. Bin am sneaken. Ähm. Sollte ich irgendwie Lava freilegen? Hab ich überhaupt die Chance, noch wegzulaufen, oder? Er holt ihr mich direkt ein. Ne, ne. Du hast ... du die Chance, weck zu laufen. Lava ist ja ... fließt nicht so schnell wie Wasser. Spitzhacke kaputt. Würde dir Wasser wehtun, dann wärst du irgendwie kaputt. Spitzhacke kaputt. Was, die Eisen? Ja. Was stellst du an Alter, wie viel hast du aufgebaut? Ich bin Level 12. Na super. Na ja, ich bin hinter dir. Hallo. Hier Brodels. Da hinten Brodels oder was? Ja ja, hier ist der Brodelsound. Hier links ist das Lapis-Irgendwas nicht auch für XP gut, ist hinter dir. Ja doch, ist es, warte. Ich baue gerade nur... Weißt du, das Wichtige ist halt... Das Brodels wird lauter, das müsste genau über dir sein. Das Wichtige ist halt dir, ne. Hier brauche ich ne neue Hacke. Ich hab auch nur noch, also ich hab jetzt noch die, die fast kaputt ist. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer zum Abwandern. Boah, ich dachte schon einen Spieler, ey. Noch einer? Dann hätte ich gesagt, hier ist einer. Dankeschön. Wird die Lava runtergekommen. Warte, warte. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Gut. Wir müssten... Weißt du, was geil wär? Wenn wir hier wüssten, dass genau über uns ein Block Lava ist, dann kommt einer angerannt. Und genau da drunter steht ein Haus hin kaputt. Genau. Das war ne Falle. Das war ne Frage. Ne, ne Falle. Keine Frage. Also, ich dachte, du hättest mich gefragt, so, können wir das machen? Yo. Wir machen das. Yo, wir machen das. Boah, ich dachte, das wäre Lava. Nein, das ist ne Fackel. Huuu. Alter. Hört sich kaputt an. Machst du was noch rein? Natürlich. Wir müssen ja auch irgendwie wieder rauskommen, ne? Jetzt höre ich Wasser über uns. Okay. Immer hinter dich schauen, ne? Am besten du wachst hinter uns immer ab. Ja, ich guck immer ab und zu. Bau hinter uns aber immer... Ah, ich mein... Bau hinter uns immer zu, ein bisschen. Ich baue alle x 100 Meter mal zu. Aber nicht, wenn deine Spitzhacke jetzt kaputt geht, haben wir ja verloren. Die ist noch fast ganz neu. Ja, nicht, dass wir halt nicht uns rausbauen können. Ach, doch. Ganz egal. Außer Licht, Mann. Ich... Ja, hätte sogar noch genug Holz dann, also. Wir können uns dann trotzdem noch rausbauen. Wie kommt's, dass meine Hungerleiste nicht mehr runtergeht? Ich hab sowas von keine Ahnung. Vielleicht läuft sie nicht mehr. Okay. Vielleicht weil du sneaks, ne? Ja, stimmt. Dann wird man nicht hungrig. Sollte ich mal auch im echten Leben überlegen. Ja, also am besten du sneaks durchgehen im echten Leben. Gleich. Nur schleicht. Das heißt, am besten einfach nur den Arsch nach hinten ausstrecken. Und dann ganz langsam gehen. Ich hab Redstone gefunden! Wollen wir uns das jetzt oder nicht? Achtung. Redstone. 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 Eisen! Okay. Ich hätte ja eigentlich eher an Diamantos gedacht, aber... Über uns müsste Wasser sein. Vom Hören her. Wasser. Ich bin gespannt. Ob da überhaupt was über uns ist? Wie gesagt, ich hör nichts. Ich hab keine Meistre zu uns. Hier ist Wasser und Lava. Hier ist Lava und hier ist Wasser. Tschüss. Tschüss. Dann gehen wir weiter. Ich will keine Lava haben. Ach ja. So. Wie gesagt, ein Diamantschwert immer ausgewählt haben. Also in der Leiste. Hab's hier unten. Gut, passt. Es gibt ja auch Bros, ne? Ich will jetzt keinen Namen nennen oder so, die mit einem Eisenschwert und Eisenrüstung jemanden besiegen, der ein Dierschwert und Dierrüstung hat. Ach, Quatsch. Gab's viel gesprungen hier. Hier über uns müsste Wasser sein. Müsste? Hört sich so an, ja. Ich bin gespannt. Gar nichts. Egal. Nächstes. Ich hab gerade rauf gebaut, ne? Nichts. Ich sag ja nicht, dass ein Block drüber wär, aber... Ne, ich hab ja mehrere Blöcke gebaut. Eisen! Also wenn wir nicht genug Eisen haben, weiß ich auch nicht. Bringt uns das noch was? Ach ja, wir können auch irgendwas in Kisten verstecken, ne? Aber es wird wirklich noch keine Wolle abgebaut. Wir hätten eigentlich hochgehen müssen, weil keiner oben ist und einfach alle Wollblöcke einsacken. Ja, die sind alle so wie wir noch am Diamantos suchten. Pass auf. Diamanten! Ja! Ja! Ich wollte gerade sagen, pass auf, jetzt finde ich Diamanten und irgendjemand steht schon davor. Oh, ich hab auch Lava. Ach so, das ist direkt hier. Ein Diamant. Zwei Diamanten. Drei Diamanten. Hahaha! Ich glaub, die verstauen wir in einer Kiste, ne? Okay. Hier unten ist noch... Drei Diamanten mit denen kann man nicht anfangen. Hier ist auch Lava. Wir gehen geradeaus weiter. Warte. Ich würd gern wissen, was da links ist, weil da ist ein kompletter Durchgang. Kann ich Lava stoppen mit nem Pflasterstein? Wollts nur wissen. Muss man ja eher in Erfahrung bringen. Sneaken! Nicht vergessen? Ich sneake, ey. Du läufst hier mal rum. Ja, ich bin halt einfach... Beste! Destroy the yellow wool! Jawoll! Nicht wir! Nicht wir! Waaaah! Der hat beide zerstört, ne? Super! Asozial, weil er gleich beide auf einmal zerstört hat. Das sind nicht wir. Unsere rote Wolle ist einfach zu geheim. Ja, wirklich. Überhaupt in der Wüste. Das ist... Unmöglich, dass man sie findet. Oh, hier unten ist... Ach, hier ist das Wasser, was ich die ganze Zeit gehört hab. Ich bin gerade am Eisen abbauen. Ja, ich suche hier nach. Weil hier ist ein Höhlensystem. Ich gucke, ob hier direkt Dias oder so sind. Okay. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Mist, durch Wasser kann ich nicht durchsneaken. Aber ich glaube, da muss ich... Ja, nee, kannst du nicht. Weil sonst... Bin ich zu langsam. Ja, genau. Bist du dann einfach zu langsam. Ich meine, wenn du jedes Mal den Arsch rausstreckst, dann wärst du ja auch in echt langsam. So, meine Axt, meine Spitzhacke ist gleich Karpudeps. Ich denke, wir müssen zwei Steine drauf. Und hier ist nochmal Eisen. Ganz komisch jetzt gerade. Ich hab doch gerade drei Diamanten eingesammelt. Hast du einen Diamanten? Einen hab ich. Ich hab einen. Okay, ich dachte schon, Alter. Oh Gott, wo ist er hin, ey? Redstone. So, ich werde hier ganz kurz wieder einen Ofen hinbauen. Soll ich zurückrennen oder sneaken? Weil es wird ewig dauern. Ja, renn halt zurück. Hier ist auch noch ein paar Mal Eisen. Ich hab gerade 22 Eisen. Ich hab hier auch nochmal, glaube ich, vier Blöcke. Vier Blöcke? Ja, manche sagen ja immer Regen aus. Das hab ich in der letzten Staffel auch schon gesehen. Warum? Äh, FPS Einbrüche und einfach so. Achso, okay. Schlechter Rechner. Alles klar, versteh schon. Schlechter Rechner. Hier legt da ein Diamond. Diamond in the sky. Okay. Und Iron. Eins. Hättest gleich in den Ofen reinlegen können, ne? Das Iron. Hab ich aber nicht, hab ich ja gar nicht. Hast du aber nicht, hast du aber nicht. Scheinbarrechner, die Diamond. Komm schon, danke. So. Dann mach ich kurz noch eine, 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 eine. Du weißt ja. Hacke? Nee. Ohne Hacke kommen wir nie weiter. Ja, aber ohne Workbench bekommen wir keine Hacke. Aber das schwarze Team hat noch elf Leben. Ja, weil sie sich gerade ein Leben geholt haben. Ja, ja, weil sie die geklaut haben. Voll die Diebe, ey, Alter. So, warte, kriegst du gleich mal einen. Dann kannst du weiter bauen. Uh, ich verzieh mich dann mal. Mach's gut. Ja, ja, tschüss. Wir sehen uns in, äh, 20 Jahren wieder. Bis jetzt, wenn unsere Wolle geklaut wird. So. Äh, soll ich jetzt das, äh, äh, Eisen weiter brennen lassen, oder soll ich's kurz wieder abbauen und einfach weiter bauen wieder. Äh, ich glaub wir bleiben ja eh auf der Ebene. Dann würde ich's fast stehen lassen. Gut, lass ich stehen und lass ich brennen, daweil. Daweil baue ich mich weiter. Jetzt dreimal schauen, ob ich noch auf der richtigen Höhe bin. Lava. Lava. Zwölf, ne, war das? Ja, zwölf war das. Also ich muss noch weiter nach unten. Ich hab mir grade in die Hose gemacht. Oh, hier ist auch über Lava bei mir jetzt grad. Aber Lava ist nicht schlecht, weil Lava ist Anzeichen für... Diamantos. Also das Wasser dahin zu leiten. Wasser auf die Lava, was entsteht dann? Äh, schwarze Pixel in dem Spiel. Schwarze Pixel, das sind Obsidian-Blöcke. Schwarze Pixel-Blöcke. Alter, wie unsere Wolle einfach nicht gefunden wird. So geil. Das Offensichtliche ist manchmal das Beste. Denken sie so, ah, das ist so offensichtlich, das muss ne Falle sein. Das Beste guck ich gar nicht, daher wird keiner hinsetzt. Ich dachte, da wär ein Name, Alter. Ich schiebe Paranoia, wenn ich alleine laufe. Also kommst du, oder so? Ich komm mal wieder zurück. Okay. Bau dann einfach bitte alles mal ab, ne? Also hoch. Warte, ich hör hier doch wen. Du hörst wen? Ich glaub, ich bin... Ich glaub, bin ich unter dir? Kann das sein? Ich bin wieder in unserem Tunnel. Oh, kacke. Oh, scheiße. Ich hab mich wieder in unserem Tunnel gegraben, wo wir schon waren. Scheiße. Ich lauf kurz zurück. Du hörst jemanden? Über mir. Ja, da bin ich aber nicht. Ich bin in Höhe 12. Bin... 12. Ja, doch. Kannst doch du gewesen sein. Ich seh keinen durch die Wand. Komm zurück. Komm schnell. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ist mir aber egal. Also auf der Höhe seh ich einen. Ich seh dich, ich seh dich. Das bin ich, das bin ich. Hi, da. Ah, gut. Boah, yo, Alter. Mach mir doch keine so starke Angst, ey. Wo bauen wir denn jetzt? Ja, ich hab mich weiter gebaut. Nur alleine möchte ich nicht weiterlaufen. Kommst du mit? Hier, du hast die Workbench vergessen, oder soll ich die? Brauchst du nicht? Nimmst du mit, bitte. Mein Inventar ist leider voll. Du hast hier einen Lava-Weg. Obwohl du da Sammler... Achtung, da ist auch viel Lava. Sehr viel Lava. Warte, ich höre hier einen Gegner. Nee, oder? Also kein Spieler-Gegner? Entschuldigung. Zombie-mäßig. Boah, die Lava wär zu, ey, Alter. Wenn ich angegriffen werde von einem Zombie und in die Lava falle, dann... Nee, dann raste ich aus, weil das ist nämlich letztens passiert in einem Ego-Battle. Da hab ich gefeidet und so und... Nee, Alter. Wirklich. Mies. Was? Da war ich so gut ausgerüstet, ne? Da war ich der Erste mit einem Deer-Schwert oder so. Oder Rüstung, sowas. Und dann sterbe ich einfach in der Lava. Der muss hier irgendwo sein, der Zombie. Ah, was gezockt wurde von David Dynamite erschlagen. Oh, da gab's nen Battle. Battle. Ja, ja, das ist öfter der Fall, also Battles und so. Ich hab hier was? Gold. Ja, nimm's einfach mit. Goldrüstung ist bestimmt immer noch besser als Eisen, ne? Nein. Nein? Nein. Ich würd' lieber ne Goldrüstung tragen. Ja, schau da noch prunkvoll aus, ne? Wozu braucht man denn Gold, wenn's eh so unwichtig ist? Goldene Äpfel. Goldene Äpfel heute noch krasser. Was es nicht alles gibt in Minecraft, ne?